Hallo und willkommen zurück zu Bulletstorm. So, ich hab ne ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich krieg das wieder einigermaßen hin. So, wo sind wir denn hier? Ach du Scheiße, was ist das denn? Moment mal kurz, ich muss mir etwas leiser machen. Moment, Moment, Moment. Ja, halt die Klappe, ich mach doch schon. Schnell, schnell, schnell. Ach du Scheiße. Will man mich rollen? Hm. Dööööö. Das sieht echt scheiße aus. Wenn ihr hochgeht, zündet ihr auch die Worte. Kümmer dich da, Sushi-Arsch. Ach, wie sieht der im Raumschiff schon drinne? Er scheint sich bald das Ende zuzuneigen. Ach, Menno. Mutanten? Wo? Ach, du Scheiße. Wie hört ihr das? Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich war ja im Urlaub. Ich weiß nur noch, dass wir zu irgendeiner Bombe müssen. Tja, und die ist ja hier irgendwo im Raumschiff. Yeah. Komm bis... Da gibt's doch bestimmt noch Munition. Na bitte. So, und das gleich nochmal. Hä? Komm drüber. Sicher, sicher. Oh, nur noch eine Muni... Nur noch eine Munition. Das ist scheiße. Was hab ich denn noch so? Können wir nicht die Tür benutzen? Mach auf, du Hänger. Verdammt. Wie war nochmal der Code? Verscheuert. Ich hab nur Spaß gemacht. Witzig, oder? Ja. Äh. Was ist denn neu? Kapazitätsupgrade Ladung freischalten. Wollen wir uns die Ladung gönnen? Oder wollen wir uns hier die Ladung gönnen? Ich nehm mal von der Sniper die Ladung. 1200. Al... Rrrr. Mann, ich wollt kein Upgrade machen. Ne, ich wollt nur eine Ladung kaufen. Ist aber nicht so teuer. Mal gucken. Rrrr. Ich hab den letzten gekillt, und ich kill auch den hier. Rrrr. Rrrr. Yeah. Haha. Höh. Wie geil ist das denn? Dann machen wir das nochmal. Los. Lass dir einfallen, wie wir ihn töten. Rrrr. 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 Wass schwendel du, Vieh!! Oh, shit!! Hilfe, 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 Hilfe this!! Und.. Zurück mit dir, du Monster.. Zurück. Ich muss was finden, womit ich ihn fertig machen kann. Machen wir doch. Achso. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und jetzt, aber. Griffleife. Boah, jetzt ein schönes Steak, ey. Das wär so schön. Gumm, 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 gumm. Ja, duckenbar. Ja, genau. Oh. Ah, bitte. Ja, so tanzt der Tod, ihr Wichser. Der Trinkwerksraum ist direkt auf Ort. Gott sei Dank. Ich bin es nicht gewohnt, dass eine Mission erfolgreich endet. Liegt daran, mit wem du gearbeitet hast. Oh, scheiße. Entschärf das Scheißteil. Es ist gesichert, du Idiot. Dafür sind zwei Leute nötig. Ich muss den Schlüssel in exakt dem selben Moment umdrehen, indem du den Deaktivierungscode eingibst. Sonst geht die Bombe hoch. Geh da rüber. Ich mach den Code bereit. Weil und... Schicke Bombe, ey. Alter. Wer hat denn so'n Bock, sowas zu bauen, ey? Auf der Grunde! Eine falsche Bewegung und sie geht hoch! Los! Gib den Hebel, um Zugriff auf die Konsole zu erhalten! Selbst dafür gibt es Punkte. D-U-B-L-Ü-D-M-A-N-N Rück jetzt den gelben Knopf, um den Code zu bestätigen. Ihr Stränder habt wieder mal Kreize gebaut. Oh, Mann. So ein Arsch. Ja, warte. Scheiße. Verdammte Scheiße. Fick der Scheiße, ey. Muss es doch irgendwie rausgehen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich lasse, dass das Ding gleich hochgeht. Ah. Wir sind... Ey, drängel mal nicht vor. Mann. Das kann doch wohl nur irgendein abgefuckter Witz sein. Das gibt es doch nicht. Das ist ein Witzquare. Das ist einfach das Ende des Weges. Der unausreichliche Abschluss. Scheiß drauf. Was jetzt? Ich war es nicht diesmal. Versprochen. Hier, sieh mal, was ich gefunden habe. 200 Meter Sturz? Hier. Da wäre ich auch später gekommen. Ist du meine Tür schließt sich? Eine andere eröffnet sich. Was habe ich dir gesagt? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht gibt es immer einen Ausweg. Genau, immer. Jetzt legen wir den Wichser um und verschwinden von hier. Ach ja. Der Urlaub war auch lang genug. Auf dieser schönen Insel. Äh, Planeten. Ha. Aber diese verfluchte, abgewichste Scheiße. Wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Letztes Mal hat der Raum aber nicht gebrannt. Okay, okay, okay. Es ist neu. Vielleicht ist es hier aber auch einfach das Ende. Ich möchte lieber in Frieden sterben, als wie wahnsinnig das Schicksal herauszufordern. Ich bin an all dem hier schuld. Wenn ich sterbe, ohne es in Ordnung gebracht zu haben, dann erwartet mich bestimmt kein Friede. Oh. Klopf, klopf. Na, warte. Oh. Das Vibe. Der 6 Makinerie zum Teufel. Wofür hältst du mich? Eine verweichlichte Tussi? Ich bin eine verdammte Final Echo-Kommandantin. Hab mich an nem Stromkabel festgehalten. Macht schon, hier stützt alles ein. Oh, das ist ja cool. Das Vibe-Line ist da. Schön. Aber vielleicht gibt es jetzt doch noch ein bisschen Hoffnung. Ich kann es natürlich bloß hoffen. Sorry, dass ich eure Asche nicht schneller hier rausgeholt habe. Ich hoffe, eure Hosen sind noch trocken. Meine Hose ist trocken, aber mein Arsch juckt vor Freude. Du hast ziemlich verängstigt ausgesehen. Selbst ein Mann hat manchmal Angst und ich bin nicht zu stolz, das auch zuzugeben. Habe den Punkt abgehört. Das Rettungsschiff ist unterwegs zum Raumhafen. Perfekt. Gehen wir. Ich fühl mich echt mordlustig. Verschwendet keine Zeit. Das Gebäude wirkt unwohnlich. Der Boden ruft. Folgt mir. Ich weiß nicht, ob es was bringt, Trish da. Aber es tut mir leid. Hatte ich gewusst, was Serrano vorhat? Es tut mir gut. Wirklich. Oh, der ganze Planet wird lange sowas von einem Arsch sein. Wie du dich quälst, hätte ich es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Wie weit ist der Raumhafen entfernt? Nicht weit, aber wir werden auf ihn warten. Also... Umkapiert. Beeilen wir uns. Das ganze Spiel herrscht bloß vom Rennen und Schießen. Rennen und Schießen. Schießen und Rennen und Rennen und Schießen. So. Magazin, 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 Magazin. Ladungen haben wir noch. Und ja. Da können wir auch noch ein bisschen Magazine kaufen. Weiter geht's. Und wieder mit der Faust. Das Urlaubsresort mit einem Haufen Franks verpflichteter Straftäter aufzubauen war wohl doch eine Scheißidee. Ich schätze, die Trottel, die es gebaut haben, haben ständig mit den Begriffenaren sicher um sich gehoffen. Und dann... Da-dum, 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 da. Bing. Hallo. Was ist denn mit den Frennern schon wieder los? Hallo. Haben gemerkt, dass das Rettungsschiff in einer tieferen Umlaufbahn ist. Sie wollen als Erste da sein. Prima. Ich hab nichts dagegen, dass Sie abgelenkt sind. Wieso leben die denn noch? Ich hab keinen Lieber. Ist doch geil! Aua. Aua. Boah, das hört sich wieder nach ekligen Fischern an. Oh. Oh mein Gott. Na dann. Na dann. Der kann schon wieder ausreißen. Noch wo? Uaaaaa. Hä? Was? Komm, komm, schon. Geil, halt und rücker, halt. Cool. Run away! Sterben wäre jetzt nicht cool. Aber auch nicht so wild. Achso, der ist schon tot. Verdammt. Oh, der ist aber süß gestorben. Süß gestorben. Wo ist R2-D2? R2? Ja. Tada! Oh, jei, jei. Ist das ne abgefahrene Scheiße hier? Ah, das ist verschwendete Munition. Was? Hinterhalt dich schon wieder. Aua. Was? Das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Och man. Shit, die shit, shit. Naja. Das zweite Mal. Ich glaub, das geht noch in Ordnung. Wir versuchen's einfach nochmal. Ist er gleich hier. Aber diesmal werde ich vorsichtiger spielen. Achso, das stimmt ja. Da war ja was.